Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich so emotional reagiere. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das hochladen möchte oder ob ich überhaupt mich so zeigen möchte. So Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr merkt schon, heute nicht so überdreht wie sonst. Heute habe ich mir nur Schwarztee mit Milch und Zucker gemacht. Freunde, vertraut mir. Also klar, in der Früh Schwarztee trinken ist nice. Aber abends Schwarztee trinken ist nicht so schlau. Wir haben jetzt auch gleich 19.30 Uhr. Ich hoffe, ich kann heute Abend schlafen. Wenn ich heute Abend nicht schlafen kann, dann werdet ihr das in meiner Instagram-Story sehen. Dann werde ich dann wahrscheinlich den Frust rauslassen, dass ich nicht schlafen kann. Ey, das schmeckt so geil. Wenn ihr es so bisher noch nicht getrunken habt, mit Milch und Zucker. Kommentiert dann, was ist euer Lieblingsgetränk oder euer Lieblingsessen? Heute schauen wir uns ein Video an. Und zwar, derzeit habe ich auf YouTube immer wieder gesehen, Videos, die hießen, bei diesem Video musst du zu 100% anfangen zu weinen. Oder 99% der Menschen, der sich das anschauen, müssen weinen. Ich habe mir die Videos nie dazu angeguckt. Tatsächlich habe ich mir die einfach nie angeguckt. Aber ich habe gesehen, das machen gerade viele. Und ich bin ein Mensch, der weint nicht so viel. Ich weine auch bei Filmen nicht. Zum Beispiel meine Freundin Annika. Spritzt mich an. Die ist so ein Mensch, die schickt mir dann täglich mal Bilder, wenn die irgendwie eine Serie oder einen Film geguckt hat und da gerade jemand stirbt oder so. Aber wer weiß, ne? Hier steht ja, 95% der Menschen müssen weinen. Gucken wir uns doch gleich mal an. Nicht einfach mal rumladen, sondern an. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Das Video hat einfach 9 Millionen Aufrufe. Ich bin mal echt gespannt. Let's start. Die Challenge ist nicht zu weinen. Oh mein Gott, ich habe schon Tränen genommen. Ich habe krank. Das eskalate quickly. Huuu. Okay. Ich schneide gerade hier hinten. Das Video fertig. Und mir ist aufgefallen, ich habe euch gar nicht gesagt, was in dem Video passiert. In dem Video kommen welche aus der Armee, also vom Militär zurück zu ihrer Familie. Und dieser Moment wurde gefilmt. Und das schauen wir uns an. Hey, warte. Krass. Heftig. Was mich sowas so berührt. What the fuck? Ich bin echt nicht der Mensch, der weint. Wirklich nicht. Vertraut mich. Ich weine nie. Ich könnte meine Freunde entspannen. Ich darf nicht weinen. Ey, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich finde so, diese Momente sind so schön. Ich habe so Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe so Gänsehaut. Jesus Christ. Alter. Oh, sieht man das? Ey, ich finde, ich habe die gewisse Pussy. Ich schaue das Video seit einer Minute an und ich heule hier. What the fuck? Noch weine ich ja nicht richtig. Also es ist auch keine Träne nach unten geflossen. Aber ich habe so richtig heuchte Augen. Ich weiß nicht. Ich wusste. Ich habe gewusst, wenn ich bei irgendwas anfangen werde oder zu weinen, dann dabei. Weil das ist so. Irgendwie, ich finde das so schön. Noch habe ich nicht verloren, finde ich. Ich hatte so ein bisschen nasse Augen, okay? Und viel Gänsehaut. Aber ich finde, noch zählt das nicht. Ey, zum Glück kann ich nur Pause drücken. Ich hätte bestimmt schon angefangen zu sagen. Schon wieder. Ich habe jetzt gerade gecheckt. Das ist die Mutter und die beiden Kinder von ihm. Alter, wie krass. Seit wann bin ich so ein Pussy geworden, Alter? Shit. Zwiegelt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin so bloß vom Heulen, krank. Ich weine nie bei Filmen oder irgendwas. Ich habe wirklich nicht dafür gerechnet, dass ich so emotional reagiere. Ich weiß gar nicht, ob ich das hochladen möchte oder mich so zeigen möchte. Meine Nase läuft auf jeden Fall schon. Alter, aber noch einmal keine Träne da. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Dann kann ich so etwas öfters machen. Vielleicht mal mit meinen Eltern zusammen oder mit meiner Freundin oder so. Wenn ihr Lust drauf habt, gerne einfach liken. Yo. Hallo. Ich drehe jetzt in diesem Moment gerade ein Video. Ich drehe gerade! Du weißt ja, ich weine nie bei Filmen oder so, ne? Bitte sag nicht, du hast geweint, weil ich will dabei sein, wenn du das mal weinst. Schau, habe ich schon mal vor dir geweint? Nein. Alter, ich bin so... Also noch ist keine Träne geflossen, aber alter. Puh, das kann ich euch schon weiter. Also ihr habt es gerade selber gehört, ich bin echt nicht der Typ für Spine. Das ist gerade irgendwie crazy. Wie gesagt, ich bin mir selbst nicht, ob ich das hochladen möchte, aber... Eigentlich kann ich euch das auch nicht vorenthalten. Okay, es geht weiter. Oh, cute. Oh, cool. So I'm coming home, I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Laugh the way, wash away, all the pain of yesterday. Though I came down and went, they forgiven for mistakes. So I'm coming home, I'm coming home. So I'm coming home. Welcome back, Captain Jorgerson. Andrea, we hope you and the kids enjoy catching you. So schön, ich schwöre. Es ist so schön. Ich habe keine Ahnung, ob man das sieht, ne? Aber ich bin hier mies am Sweaten. Es ist so, so cool, dass davor, dass die Träne rauskuller ist. Jesus Christ, warum feier ich das so? Wie krass war das denn gerade, er hat einfach direkt einen Heiratsantrag gemacht. Äh. Es ist auch immer noch. Man war es sehr gut. Oh, wie geht's? Man war es sehr gut. Ja. Man war es sehr gut. Ja. Oh. æ aan de Spielplatz. Ja. Man war es sehr gut. Man war es sehr gut. Oh Bibi, die kleinen. Ich hab halt nur nicht verloren, weil keine Träne runterläuft, aber ich bin die ganze Zeit so am heulen, also es ist halt so, ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera, weil die ist recht weit weg, aber Alter, also bis dato hab ich nur nicht verloren, ne? Ich bin die Frau, das kann es sein. Ich bin die Frau... Ich bin die Frau, die auch nicht derrière. Ich bin die Frau, die� While I'm hidden, auch wie es sein wird. Ah, ich kenne schon diese Videos, das ist gerade so heftig, ne? Jesus Christ, oh, das ist cute, oh mein Gott, wie süß, ich heule. Oh, er weint. Ich habe nicht geweint, es ist keine Träne von meinen Augen über meine Backe gelaufen. Ich habe die Challenge bestanden, ich kann gerne kommentieren, ob ihr weinen musstet oder zumindest das Gänsehaut hattet. Wenn ihr wollt, dass ich so etwas öfters mache, dann kommentiert unbedingt Hashtag Do It. Und dahinter vielleicht, ob ich es mal live machen soll oder ob ich es an meinen Eltern vielleicht mal zusammen machen soll. Ich glaube, mein Dad ist sehr emotional. Ich glaube, das könnte witzig werden, weil ich glaube, er wird definitiv folgen. Gerne ein Like da lassen, ihr könnt auch Disliken auf jeden Fall, das schreibt euch keiner vor. Wenn ihr ein Dislike gebt, da schreibt gerne in Kontakt, warum, dann kann ich an mir arbeiten. Ganz, ganz viele, die meine Videos gucken, gerade momentan haben an meinen Videos extrem viel Reichweite bekommen. Haben mich noch nicht abonniert, das würde mir extrem viel bedeuten. Wenn ich mich abonniert, es kommen jetzt täglich YouTube-Videos. Jeden Tag kommt hier mindestens ein Video online. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einfach, ich fand es extrem schön, mir das anzuschauen. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Und zwar hat jeder von euch in jedem Video die Chance, im Video zu sein. So wie jetzt zum Beispiel er hier oder sie. Sie sind geschrieben, hey, ich bin ein Zuschauer von dir, zwar nicht mehr so aktiv. Oh, was soll das denn? Aber wollten jetzt einfach sagen, feier deine Videos, mach weiter so. Bin mir zwar nicht sicher, ob du es lesen wirst, aber viel Glück. Liebe Grüße auf jeden Fall an Griecher Stricher. Ah, das ist ja, der Typ ist ja wahrscheinlich besser. Wenn ihr auch im nächsten Video so sein wollt mit eurem Instagram-Account, dann mir einfach auf Instagram und Instagram-Direct die Nachricht schreiben. Ich sage jeden Tag neue Videos, den sprech ich unterachten. Jeden Tag dann die Chance, in meinem Video zu sein. Bis morgen zum nächsten Video. Peace.